Hallo und zurück zu Batman Arkham Knight. So, dann haben wir mal die Bühne betreten und ich hoffe mal, dass wir die Christina Bell jetzt festnehmen können. Ich bin nämlich schon fast tot, aber dass wir das jetzt noch überleben. Das ist doch gut. Lass uns in Ruhe! Ist aber ruhig hier. So, schauen wir mal, ob wir jetzt hin müssen. So, schauen wir mal, ob wir jetzt hin müssen. Robin hat sie schon. Ich denke mal, dass wir die in die Zelle zurückbringen müssen. Gehen wir mal einfach mal nach, der wird schnell den Weg wissen. Hä? Nimmt Johnny Charisma auf Tonbühne C fest. Ich bringe sie zurück in die Zelle. Sehr gut. Mach das. Henry, Robin ist auf dem Weg zu Ihnen. Lassen Sie ihn rein, wenn er kommt. Natürlich. Das heißt wohl, du hast eines dieser Monster aufgehalten. Ja, aber noch bin ich nicht fertig. Dieser Robin scheint eine echte Steigerung zum Letzten zu sein, Bats. Erinnerst du dich an Jason Todd? Eine Heulsusse. Nur am Jammern. Ohne diesen Verlierer sind wir beide besser dran. Mann. Schon wieder ganz allein. Boah. Ich hoffe mal, dass er eine Energie zubelde wieder hoch geht. Ich hoffe mal, dass er eine Energie zubelde wieder hoch geht. Etwas mit Anspruch. Etwas Kreativem. Etwas Spaß. Spaß soll er haben. Zwei Fäuste voll. Und dann kümmere ich mich um dich, Charisma. Ich mach dich so fertig, dass du in Zukunft aus dem Hinterkopf feinst. Ich muss zuerst die anderen Opfer finden. Es ist zu gefährlich, sie frei herumlaufen zu lassen. Sei denn ganz ehrlich, alter Sack, hast du deine besten Tagesschule hinter dir? Was glaubst du, mit wem du es hier zu tun hast? Pass auf, was du sagst. Was auch immer. Du hast die Wahl, Bats. Finde uns und wir werden sehen, wer gewinnt. Ich sitze auf mich. So, geht's hier lang? So blind, weil ich fast keine Energie mehr habe. Ich sitze auf mich, ich sitze auf mich, ich sitze auf mich. Stell dich mal ins C rein. Ich hoffe, dass wir den irgendwie killen können. Was ist los? Tut dir die Kugel etwa weh? Wollen wir hier rein? Wollen wir hier rein? Ich blase dir den dreckigen Schädel weg! Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde. Ja, wir sehen. Komm raus und... Was ist los? Tut dir die Kugel etwa weh? Und jetzt geh hin ran. So, und ist der schon mal down? Sehr gut. Irgendwie eine Schlüssel oder sowas? So, jetzt... So, jetzt... Ich kann mir da gar nicht rein. Ach, da ist ja der Schalter, oder? Okay, ich bin gleich tot. Also Scarecrow bestimmt, oder? Jason, ich dachte, du wärst tot. Batman? Bist du das? Batman wird dich nicht retten, Jason. Das Wetter. Es sind nun sechs Monate, Jason. Stell dich endlich den Tatsachen... Leck mich! Tolle Einstellung! Du bist aus dem alten Betholz geschnitzt. Wird dir aber nichts nützen. Töte mich doch einfach. Was? Nein, 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 nein. Ich töte dich nicht. Zumindest noch nicht. Du bist jetzt mein Helfer. Stell dir vor, du und ich da draußen stiften Unruhe, schikanieren die Schwachen. Ein wahres dynamisches Duo. Ganz wie Bats und sein neuer Bursche. Das würde er nicht tun. Meinst du? Dann ist das hier nicht Batman? Komisch. Die spitzen Ohren verraten ihn sonst immer. Nein. Ich wollte dir das Foto nicht zeigen. Wirklich nicht. Aber, tja, nur so konntest du mit der Sache abschließen. Natürlich tut es weh. Aber manchmal muss man grausam sein, um Gutes zu tun. Ja, und da ist eine Vision wieder gewesen von ihm. So. Wir haben Johnny Charisma auf der Tür und Ton bin mit C fest. Das Schloss ist rein mechanisch, ohne elektronische Teile. Daran funktioniert mein Distanz-Hacking-Gerät nicht. Henry, ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich. Nur zu. Schicken Sie mir die Aufnahmen der Überwachungskamera in Abschnitt C. Sie können sie vom Computer in dem Raum dort verschicken. Okay. Ich versuch's. Computer sind nicht gerade mein Fachgebiet. Sie können die Aufnahmen im Hinfeld rechts isolieren. Ziehen Sie den Finger darüber bis... Etwa so? Oh, diese Technologie ist sehr... Interessant. Okay. Ich kann die Kamera sehen. Markieren Sie den Bereich der letzten 10 Minuten. Und... Das sehe ich. Danke, Henry. Hm. 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 so war der jetzt gedrückt die 5 und 1 5 1 5 1 7 das war die falsche sequenz ich versuche es noch mal es die 5 1 7 0 5 1 7 der code war falsch ich muss das video weiter auswerten so schauen mal 0 5 1 7 und 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 Hast du nie, dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf, also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City, war Talian völlig die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da, doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache, erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen, deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir, ich bin der Clown. Achso, ich muss ihn steuern. Du bist der Gaulerei und wir hatten viel Spaß, wir zwei. Du bist ich und ich bin du, genau so ist, was willst du tun? Bin so drauf gespannt, die Macht zu haben, wer lacht dann zuletzt? Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ja! Oh ja! Du wirkst so beklommen. Denn du weißt, meine Zeit ist gekommen. Ich lege dir im Blut, so quietschfidel, bald schon gebe ich den Befehl. Nicht mehr lang und du wirst töten. Wer lacht dann zuletzt? Fabra ist tot und ich lache. Ha! Jason Todd ist tot und ich kann nur lachen. Selbst ich bin tot und kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Boah! Ich gehöre jetzt zu dir. Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ich laufe nicht mehr ganz rund. Und du alleine bist der Grund. Ich stecke in deinem Kopf und ich lache. Na scheiße, schau wir nicht mehr. Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Keine Zugabe zu uns. Ha! 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 Das wohl nicht so gut. So Leute, ich würd sagen, wie es denn hier aber weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir befreuen, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin viel Spaß und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Ciao, euch.